Vegetarier sind die besseren Menschen? Oder doch nicht? Wir räumen mit den drei größten Mythen rund ums vegetarische Essen auf. Mythos 1. Vegetarische Ernährung ist besser für Klima und Tiere. Richtig. Das sagt zumindest Taiwan Seo vom Umweltbundesamt. Vegetarische Ernährung sei besser fürs Klima und viele andere Umweltkategorien, wie zum Beispiel die Nitratbelastung in Gewässern. Die Referentin für nachhaltige Ernährung beim World Wildlife Fund, WWF, sagt sogar, dass Deutschland seinen Klimafußabdruck durch rein vegetarische Ernährung um 47% reduzieren könnte. Mythos 2. Durch Fleischersatzprodukte wie Soja schaden Vegetarier dem Planeten. Das ist irreführend. Ja, durch den Anbau von Soja sind in den letzten Jahren viele Lebensräume vernichtet worden. Aber das liegt nicht nur an den Vegetariern. 70% des angebauten Soja weltweit werden nämlich gar nicht von uns Menschen gegessen, sondern für Tierfutter benutzt. Das gibt das WWF an. Mythos 3. Vegetarische Ernährung schützt Tiere. Stimmt teilweise. 2022 wurden in Deutschland 750 Millionen Nutztiere für Fleisch und Nahrungsmittel geschlachtet. Das sind mehr als 2 Millionen pro Tag, so Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Aber die Fleischproduktion ging immerhin auch um 8,1% zurück im Vergleich zum Vorjahr. Doch nicht nur Fleischproduktion verursacht Tierleid. Auch die Produktion von Milchprodukten und Eiern trägt dazu bei. Wer also Tierleid komplett vermeiden will, sollte statt vegetarisch sogar vegan leben.